Hey Freunde, hey Folks, schöne Grüße aus dem Viehofen-Bergen. Für diese Ofen gibt's, da gibt's nix Besseres wie eine kühle Aufkühlung und das noch beim Bergfreibad. Hier bei uns im Viehofen auf der Ehehilfe. Und heiß her geht's auch beim diesjährigen Finkenberg-Oppenherr der Schürzenjäger. Nämlich am 5. August größer, breiter, lauter und schneller. So was hat's Zillertal schon lange nicht mehr gesehen. Und meine Wenigkeit, Schürzenjäger-Oppenherr, ist auch wieder dabei. Ihr habt jetzt die Chance bei mir Karten zu bestellen, zu ordern, schreibt mir einfach eine Nachricht. Ich freu mich und wir feiern eine legendäre Party zusammen mit den Schürzenjägern und ihren Gästen. Diesen Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Wir sehen uns im Zillertal. Rockhorn, der Wadelschreiber. Rockhorn, der Wadelschreiber. Rockhorn, der Wadelschreiber. Rockhorn, der Wadelschreiber.